so hallo wir machen weiter bei was mir gerade einfällt entschuldige dass ich dich unterbreche bei judicium tribunales wir haben es jetzt verstanden ich geh einfach schon ins level rein und du redest dabei alles gut der port of the overworld an der stelle große shoutout an rocky the tiger heißt er glaube ich offiziell das ist so ein remix von dem lied was er mal gemacht hat so viel spaß ich wünsche dir wirklich sehr viel spaß ja das ist ein puzzel mehr sage ich mal noch nicht ich höre eine säge das ist das finde ich was darum geht da komme ich nicht durch ach so okay herbe baum abhört dem anderen links gehört sb und dort das war das genau komm ich nicht rein da kommst du mal block wo ich nicht durchlaufen kann ja durch den kommst du nicht durch ja was will ich denn dann ob man aus den stacheln zu springen durch die drei blöcke kommst du aber tun ich und das ist wichtig aha ich kann dann da was rein schießt hätte der hand haben geht das löst nichts aus schade gehen wir noch mal hin du kannst ein bisschen weiter runter oder es löst doch was aus ja was ist falsch mit dem level ja guck dir doch erstmal alles an das ist schon viel zu groß ach so hier links ist übrigens der softlock ach toll wenn du da jetzt hoch ging es dann äh dann kennst du da nicht mehr raus wie soll ich da hoch gehen ja wenn du da hoch kämpfst jetzt und dann keinen pilz hättest dann wirst du für immer da drinnen gefangen und müsstest auch in robe reibst wow dann resettet man die rom und dann ist es wieder gut das stimmt aber das mag sb central offenbar nicht so gerne es war auch nicht intendet ich hab es einfach vergessen okay da könnte ich jetzt irgendwas auslösen da komm ich nicht ran kann man die kaputt rutschen ne kann man nicht schaden da muss ich das halt so machen ne ich glaube an der ranke verliere ich meinen speed ne tue ich nicht reicht trotzdem nicht ach f ich war mir gerade gar nicht so sicher aber es wäre auf jeden fall nicht intendet aber äh ja also nehmen wir da ein item mit hin ach ne jetzt geh halt da durch so ok dann muss ich hier wieder vor und hier wieder vor und hier wieder runter da oben ist auch noch stuff jetzt könnte ich mir mit damage boost springboard holen das stimmt ja jetzt kannst du dich auch softlocken dann kann ich mir jetzt äh angucken was in dem block drin ist jetzt jetzt das ist übrigens so ein bisschen eine anspielung an äh ich glaube aus wenn ich mich nicht täusche da gibt es auch so ein paar switch aus ein grauer switch was ist da oben da muss ich irgendwas durchschießen und dann an äh komm ich ja trotzdem hat einen blauen piece switch da nö ok aber ich könnte eine shell hier reinschießen und damit den block auslösen an an den kannst du einfacher machen wenn du irgendwas hast wo die drauflegen kannst von unten dann in springst du hast da überall diese reset oh nice konnen richtig gut siehst du kannst das ja alles noch sogar städtler naja du hast ja hier unendlich versuche gehabt also keine ahnung dafür brauchst keine selbst du hast aber dafür weil sie wollen dass du gerne mal eine halbe stunde so als ich weide gleich weil wenn ich das softglocke ich will ja guck wird geguckt das macht richtig hf triggert bringt er damit überhaupt nix nämlich den beiden irgendwie kann man das ja ich kann sie jetzt einzeln hochtransportiert wieder krepp ich aber zu glauben man kann sie auch am netz bin aber ich weiß es ist ja auch ich muss ich mir alles wiederholen ja wenn kann man das aber ich habe es glaube ich im letzten fahrt gehört das ist das erste level dass ich mich richtig heute das spiel weiß ich ob mich das freuen soll ob mir das angst macht ok da brauche ich einen pilz endlich mal wieder der konnen der ein passel ich hatte aber ach so okay den pilz habe ich aber verloren um das bürger zu holen das heißt da habe ich noch nichts geworden hatte ich mir okay was ist da oben da komme ich so nicht hoch könnte ich aber jetzt wieder mit dem springboard ok ja dann muss ich damit wieder runter irgendwann schon mal so ein puzzle ohne save set gespielt weiß ich nicht kommt immer aufs puzzle drauf an ja aber einfach so ein eins was den eindruck erweckt etwas komplexer zu sein meint ok wir machen das erstmal nur weg ach du scheiße ich habe fast abgerechnet aber es war knapp immerhin jetzt muss ich damit mal was testen wenn ich jetzt da oben rein schießen muss aufpassen in welche richtung guckst du abspringen jetzt scheine ich euch den screen ich nicht oft weil das direkte drüben weiter ok perfekt das passt das macht also keine probleme das ist gut zu wissen jetzt komme ich allerdings oder es macht doch probleme erst weg hast du da unten die münze gesehen die hier da ist der pilsch auf der höhe das heißt bis dahin kann die scheltern sich bewegen das heißt die solltest du kannst versuchen die im screen zu behalten das sorgt dann dafür weil du screen sie halt erst auf wenn du hier an die ranke gehst genau ok sehr gut sehr gute erkenntnis man munkelt es war eine erkenntnis ich wüsste trotzdem nicht wie mich an den pilsch da also rankommen tue ich damit ja eh noch nicht das ist korrekt oh ich habe mein springwort eingebaut ja gut oh und das war's da hast du eine schöne break vor der richtung okay von vorne ja wie du hast dir erstmal schön alles angeschaut das war ganz gut da oben ist noch ein off das stimmt du hast hier rechts gar nicht geguckt da sind grüne plöcke die nützen mir überhaupt nichts das stimmt ja da ist ein springboard ah das habe ich am anfang genutzt warum willst du das springboard jetzt haben ach du willst du dem on off da kommen ich weiß nicht was ich mir dabei gedacht habe der on off ist da eigentlich nur falls man resettet und es auch aufgestellt hat also das springboard kann ich nicht weiterverwenden das ist da einfach wo es ist so aber hier sind jetzt zwei so blaue blöcke und ich komme die nachher nicht mehr ran so scheint ist für brauche ich die das ist da am liebsten würde ich dir eigentlich direkt die lösung beraten aber ich habe jetzt alles gesehen was will ich denn es könnte so aus gibt ja so viel möglichkeit das ist halt auch so ein typisches puzzle dass man nicht weiß was man braucht ich glaube jetzt hast du wirklich alles nee nein ein block hast du noch nicht ausgelöst weil da on off blöcke drumrum waren also was wollen wir jetzt tun also da jetzt einen mitzunehmen halte ich für schwarz nicht ich weiß nicht was ich damit anfangen will also wohin führt mich die komplett zurück gibt es denn irgendwelche dinge die du vielleicht noch nicht erwähnt hast die die komisch vor kopf irgendwie rausstechen ich bin dafür müssen wir erstmal alles erinnern also hier war die shell drin hier oben konnte ich noch nicht weiter dafür müsste ich groß sein groß warst du ja schon mal ja dann um das springboard zu holen musste ich wieder den pilz hergeben also das vielleicht gibt es eine möglichkeit war noch nicht so optimal groß zu werden um das springboard zu holen ohne dass du den pilz verlierst die gibt es bestimmt das ist doch ein ganz guter tipp das wäre so der erste schritt warum ist hier eine blaue ach so das war für die blöcke da ja klar logisch also hier kann ich nichts machen okay hast du gehört was ich gesagt habe ja es wäre der erste schritt was wäre der erste schritt das ist ja eigentlich ein Schritt das wollte ich nicht doch ich habe es schon gehört alles gut ja tschüss ich glaube den kannst du offscreen ich hoffe der kommt wieder das wäre schlecht wobei hast du ja genügend reset ich habe es aber auch geschafft da ein oder zweimal zu stellen liebe das anetzen zu klettern am rand ich hätte ja da auch ein paar weintrinnen packen können die haben diesen komischen randeffekt nicht ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht ich weiß es auch nicht ich wäre aber interessant und eine smw bewandert am mensch kann der jahre vielleicht sollte ich mir die situation das mal angucken ah verstanden ich glaube du hast was dafür sind die viecher da man munkelt sie haben eine bedeutung was zur halle mache ich denn da aber ich musste ja wie kriege ich den denn zum springen er muss nicht springen ist der wird ja wird der okay ich muss es kurz ausprobieren ich frage gar nicht erst ich probiere es einfach aus die hüpfen die hüpfen auch wieder wenn du sie abgeschossen hast und die laufen die laufen auch weiter wenn du sie abgeschossen hast ach der fliegt weit genug jetzt gerade nicht aber das war schon mal sehr gut der fliegt weit genug verstanden ich dachte erst ich muss ihn einmal treffen und dann fängt er zu springen und dann nochmal treffen aber der fliegt einfach weit genug das ist die frage aber mit welchem möchte ich das machen das ist egal tendenziell ist der hinter oder der der weiter rechts ist besser aber es ist nicht richtig egal sehr gut sehr sehr gut so lauf du hund rum ich sollte den nicht beleidigen ich weiß auch gar nicht warum hundebeleidigung sein soll vor allem für so ein stacheltierchen vielleicht ist es aber auch gerade für das stacheltierchen vielleicht ist er ja hunde rassistisch wahrscheinlich naja naja sag mal Katze zu ihm vielleicht findet er das besser oder Maus kleines Mäuschen ach Gott bin ich doof er sieht es noch nicht ja alles gut jetzt da kann man schon mal sterben na eigentlich nicht eigentlich nicht aber du bist ja auch der Conan das ist ja die Conan ach scheiße nicht schlecht nice du hast gerade was entdeckt hab's gesehen hab's gesehen hab's gesehen sehr gut sehr sehr gut richtig gut dass man das so versehentlich entdeckt ist natürlich auch schön nützt mir jetzt aber erstmal nix aber erklärt warum die Blockes so gesetzt sind ja erklärt auch dass ich da kein Springboard brauche oh boy oh boy oh boy oh boy oh boy oh boy und schütt und rüber ach man ja jetzt ist jetzt wäre ich der geeignete Huch nein 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 Rewind das war nicht was ich laden wollte das wäre der geeignete Zeitpunkt um mir wieder zu erzählen dass das schlechtes Label Design ist ne warum ja weil du da so diesen in so nem naja noch nicht vielleicht so komplexen erscheinenden Puzzle äh diesen Sprung direkt hier machen musst mit den Staffeln das hat ne wieso das ist das hat doch mit das heißt doch kein kein unfaires Label Design auf das du also auf das du nicht unerwartet bist und das ist was wo du nachdenken musst und drauf kommen musst unfair fand ich die die Stellen äh wo du halt ich hab's mitbekommen du musst es nicht nochmal sagen ist immer noch weh das finde ich gut 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 dann ist ja alles in Ordnung naja dann hab ich alles richtig gemacht ja das war schon mal richtig gut jetzt jetzt kannst du ne Menge schon mal machen ja moin Montana Black 88 oh ihr seid sogar ein Jahrgang und selbe politische Gesinnung ich weiß gar nicht warum der 88 äh dran hat ob das auch der gleiche geworden ist ne das bei dem steht das für das Doppel H na klar na das meint um Gottes Willen das meinte ich jetzt nicht der ist auch 88 geboren einfach wahrscheinlich kann sein ich weiß es nicht keine Ahnung ist mir auch ehrlich gesagt so jetzt machen wir da drüben mal die Blöcke kaputt dass ich da jederzeit runter und hoch kann der Mann hat gelernt aus vielen vielen Hex das ist schon mal richtig gut unglaublich und da komme ich noch nicht heran ich kann gar nicht im Wort passen wie stolz ich auf dich bin ich hätte mich natürlich auch gebräut wenn du nachher hier stehst dann dich ärgert dass sie nicht recht sind aber ja ne aber trotzdem brauche ich ja noch Springboard da oben irgendwie dass ich da höher komme ja aber du weißt ja auch nicht was da links in den Block drin ist Springboard wird zwar nicht sein ja ne Coin Snake gab es das nicht bei Jam 2 jetzt auch so ne ja doch so level mit Springboard wo man sich dann so rumgebackt hat ja kann sein ja ja wo man den Block unten ausgelöst hat und dann da irgendwie hochgebracht wurde oder so ja meistens hat ja so ein Block ja wahrscheinlich ich glaube der jetzt gar nicht so schwierig zu reproduzieren ich weiß es auch ich kann mir vorstellen dass es halt wirklich ach komm schon wenn man Springboard aus dem Block spauen ich glaube in der Zeit in der du das versuchst jetzt zu dir auch weiter einzeln da jetzt irgendwie nicht rein naja ich kann sein denke so noch machen wieder ich glaube ich habe mehr Platz zum Anlauf nehmen ja ich weiß nicht du hast das ist ein bisschen tricky ne hoch hoch hast du bei dir auch gelaggt gerade ja das bestimmt wieder nur so ein bisschen hauen du kannst leg die doch nimm die mal einzeln jetzt rüber was nimm die mal einzeln rüber rechts und da ist so eine Resetor und da kannst du die glaube ich drunterlegen und dann kannst du da von unten einfach gegen springen ah mit dem ich muss das machen aber ging ja schon wenn du von unten dagegen springst dann ist der Double Grab sehr einfach dann mache ich das wieder hier wo weniger Platz nach oben ist na gut ne ganze Jahr wie das machst Hauptsache das führt zum Erfolg ah ne ich mach's gar nicht ich hab das da hier gleich wieder den Kletterpart oh boy aber schön dass dir das mit diesem Stachel viel direkt aufgefallen ist hätte ich mir auch vorstellen können allerdings wird das jetzt tatsächlich wieder eine Sache wo ich sage Safe States wären schon nicht verkehrt oh boy ich hab das Level glaube ich gut anderthalb Stunden hab ich gespielt und ich hab auch mal wieder verbauten weil man hier ja nicht wegen Schwierigkeit sondern also keine Ahnung es geht hier mehr darum ein Puzzle zu lösen und nicht von den Stacheln sich zufällig treffen zu lassen da ist es dann eher wieder frustrierend auf irgendeine Weise ist es auch das Ziel dass man nicht konzentriert bleibt und dass man draußen bleibt weiß ich nicht weiß ich nicht ja ja aber es würde dem Level nicht wehtun nee nicht so in der Hand auch so jetzt bin ich groß und kann da oben rein das ist richtig also ich bin super wenn du das komisch schaffst ja kommt drauf an wie weit ich gekommen das fährt über See ah wait what also hier kann ich einfach dagegen werfen was kommt denn da raus ich kann aber natürlich auch drücken und von unten hingegen springen ja aber es nützt ja nix so verstehe ich warum da man just hat das ist nur zur Verwirrung dass man denken kann und man sollte das in einer gewissen Zeit haben so jetzt haben wir einen blauen das wäre der Punkt an dem du normalerweise einen extra safe machen würdest ja klar weil halt ein Hit alles kaputt machen kann sollte man auch groß bleiben müssen das ist richtig ich sag dir mal auch wenn du das für schlechtes Level dieser einhält dann wäre auch schlecht wenn du dich jetzt treffen willst nein das halte ich nicht für schlechtes Level das hast du vorhin gesagt dass das puzzle mäßig blöd ist wenn man Damage boost jetzt komme ich da wieder okay oh mein fucking god ja was war da oben aber noch mal ich hab's vergessen da war ne Schelle scheiß da war ne Schelle das heißt die manscher musst du wecken wenn du die Schelle haben was will ich denn mit der Schelle haben wir schon drüber geredet ja dass ich da die da hinten aber da komme ich zu dem blauen P-Switch den ich jetzt schon habe ja ich brauchst ja zwei hier bräuchte ich noch ein Springboard ja wo ist denn noch ein Springboard nein ich hätte die Münze nicht wegmachen dürfen ja alles gut alles gut das spoilere ich dir oder das das wäre ja so ja da drüben ist noch ein Springboard das wäre sogar mir zu tun wenn du das jetzt machen musst jetzt guck dir das mal an oh mit Damage-Bus komme ich da hoch ja sehr gut erkannt schisch das heißt ich muss okay ja gut das ist zeitlich machbar das ist sehr gut machbar ja ich muss die wegmachen und die da drüben und die da oben nicht du kannst wenn du wenn du hardcore sein willst kannst du auch so ein paar von den Stachelfintern hier mit dem Switch mitnehmen den hier das wäre der erste aber dann ist es schon relativ knapp was? ja du kannst den grauen Switch dann hier drücken und dann werden die zu Münzen und dann kannst du die wegmachen musst du aber nicht kannst du den hier links von dir und rechts von dir die beiden kannst du dann mit wegmachen damit du dann die reinverlust aber ich bin dann ja eh klein ja aber dann bist du auch tot wenn du einmal getroffen bist das meinst ja gut dann wäre es halt zeitlich ein bisschen knapper aber dafür ist es verletzt ist egal du machst das einfachste spring rein super jetzt hoch und dann ist es gut sehr gut extra sehr achso ne doch nicht keine Stachel ah da muss ich was gegenwerfen so und jetzt kommt der der fiese Teil der will zugestragen noch nicht Moment stopp das da drüben waren ich muss erst die Shell holen ja weil sonst sind da die Blöcke zu ich wollte gerade den P-Switch dagegen werfen ne die Blöcke waren woanders achso die Blöcke ja das du dann auch ja da muss ich die Shell die ganze Zeit behalten hast du den blauen P-Switch hast du schon geholt ne ja ok gut ne das ist gut ja da waren die anderen Blöcke genau die Shell kannst du dann offscreen das ist richtig dann kommt wieder das das übliche Item die Shell darf ich nicht offscreen ja genau aber die Screen-Words wie du siehst oder wie du bist deswegen wird es mit der Stelle dann halt das genervt wait jetzt habe ich aber ja zwei Springboards jetzt komme ich ja einfach da hinten hoch ganz richtig ja die Frage ist halt was willst du da mitnehmen du kannst ich kann den blauen P-Switch ich verstehe nicht wofür ich diesen anderen blauen P-Switch der über den Notenblöcken ist was soll ich damit ja vielleicht ist das heute auch einfach Choice also such dir einen Weg aus um an P-Switch zu kommen ich habe einen blauen P-Switch ey deswegen ja kann ja sein dass du den anderen nicht brauchst ich werde dir dazu nichts sagen ja das Problem ist halt wenn ich mich jetzt falsch entscheide darf ich alles nochmal spielen das ist richtig ja du hast das so souverän um das Ding ist er jetzt gemacht das schaffst du auch nochmal ne stimmt gar nicht alles gut alles gut es ist ja keine Zeit ich kann es ja ausprobieren was kannst du ausprobieren ja den Weg ohne Shell zu spielen ich kann ja gucken was da hinten ist ja das stimmt wenn das nichts ist was sofort aufgelöst ist oder so dann kann ich das ja problemlos ausprobieren wenn du den Switch wieder umswitchen kannst ich kann alles wieder rückgängig machen ja siehste mal das funktioniert doch unglaublich gut und das gute ist auch du den Switch und die Springboards kannst du ja auch nicht ausprobieren das heißt du kannst du an sich einzeln oder zu zweit da jetzt auch bequem nach hinten tragen oh boy ich muss mir anders ich bin doch scheiße okay let's go du kannst das aber echt machen dass du da bei der anderen bei der Resetor da rechts ist das super bequem dass du die Beide da die Items da rauf legst und von unten gegen sprichst ja aber ich muss ja eh hier klettern ja das ist richtig was bringen mir Double Grabs bis hierhin könntest du machen super es reicht ja auch ein Springboard um oh boy rauszufinden was da oben drin ist ja das stimmt das Problem ist nur wenn da ein CoinStick wie ich fast erwarte rauskommt ich sag dir mal so viel wenn du den Block auslöst hast du das Level nicht versaut also dann kannst du egal was aber wenn man mal schafft okay das klingt gut dann solltest ich komplett blöd bin und irgendwas übersehe aber ich meine das passt ja dann kann es keine CoinStacks sein extra tut mir leid dass ich den Freude darauf jetzt ein bisschen genommen habe ne das finde ich gut alles alles in Ordnung ja danke ich habe ein bisschen Angst hier den blauen Block versehentlich zu holen das bin schlecht ja und dann kann ich den Weg mit der Shell mehr nicht mehr das habe ich auch nochmal umgebaut weil das so assig war die Stelle das waren eigentlich drei blaue Blöcke waren an der Stelle oben wo die zwei jetzt sind ah ok ja du wirst es schon noch sehen schön und die ganze Zeit war es so schön ok so was ist jetzt da drin ah er kann ja keine ich bin ja komplett dumm ja stimmt ja er könnte sein dass er die die überschreiben kann oder keiner ne never das ist dann Schlüssel oder sowas Yoshi oh mein Gott ich habe mit allem gerechnet aber nicht mit nem Yoshi ja hi jetzt habe ich auch endlich Peace Witches ich habe 54 Kommodorum ich bin Yoshi oh wait aber wenn ich da hochgehe komme ich nicht mehr runter exakt oh scheiße aber ich sag dir so viel also da oben ist auch nicht mehr viel ja aber jetzt weiß ich nicht was ich brauche das ist richtig aber du hast ein Peace Witch den du mitnehmen kannst es gibt eine Sache die dir vielleicht verraten könnte was du da oben brauchst in irgendeiner Form das ist aber jetzt ein sehr missverlässer ah die kann ich nicht hoch ich kann da gar keinen Dings hochwerfen was kannst du da nicht hochwerfen ich kann da ja gar kein anderes Springwood hochwerfen doch kann ich du kannst es in die Hand nehmen ja genau dann geht's ach du scheiße du willst Yoshi jetzt mitnehmen das ist auch interessant du kannst aber egal was da na du weißt ja nicht was da ist gut auf der anderen Seite dadurch dass ich das jetzt fixen musste und eine Resetor ist die einem zeigt was da ist du kannst dir auch sagen was da ist weil das ist eigentlich der Status den alle Leute die das jetzt spielen werden haben ok das ist eine Röhre einfach ok aber ich weiß aber trotzdem was hinter der Röhre ist nö das ist richtig aber dann weißt du also wenn du jetzt nicht den P-Switch auf Yoshi nimmst dann kannst du auf jeden Fall nicht P-Switch und Yoshi mitnehmen da muss ja bei Yoshi für irgendwas gut sein mhm da ist wohl ein bisschen Detektivarbeit benötigt aber ich hätte vielleicht nicht alle Blöcke wegmachen sollen aber den P-Switch kannst du hochschmeißen wenn du eh hochkommst ich bin kein Asi du kannst zu dem Punkt einfach zurück rewinden wenn du da jetzt hoch gehst das wollte ich hören dann hast du natürlich die Challenge verkackt aber ja da ich den einfach hochwerfen kann habe ich jetzt nichts gewonnen mit Yoshi ne das ist gar nicht das wäre das wäre das wäre dann kann man den nicht grämmen hier auf der nein nein also das ist auch nichts das kann ich ja nicht fordern scheiße na dann gucken wir mal was da ist rewinde mal und nimm mal den P-Switch mit du kannst glaube ich scrollen ne scroll mal nach rechts dann siehst du was da ist glaube ich toll ah ne siehst du nicht okay hab ich doch richtig gemacht ah ok du hast verhindert dass man Yoshi mitnehmen kann mhm und on-off-switch und audit aber wenn da eh nur ein P-Switch ist wofür war dann diese ne da irgendwas passt noch gar nicht ah ja ok double grab P-Switch jetzt hast du verstanden jetzt kannst du aber wirklich mal nach rechts gehen und gucken was bekommt ja moin Yoshi freut sich ja gut Glitches erlaubst du mir nicht ne was willst du machen ach so ne geht die gerade ne vergiss es geht ja gar nicht ey wenn du es schaffst den den Saveset der Sets jetzt hinzubekommen dann groß Wahlzeit dann gerne bitteschön was meinst du den 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 P-Switch grab auf Yoshi dann hättest du es ja gebrained ach so ne ich dachte erst an P-Switch du plizieren aber es ist blödsinn ach so ja ne das ist blödsinn geht nicht das ist richtig allerdings von das war klug ja tschüss also von da aus geht es auf jeden Fall trotzdem noch wobei so ist die Situation ein bisschen angenehmer aber das ist halt schon ja den löst du die ganze Zeit aus das ist dumm jetzt machs zurück und dann ist gut ich gebe dir dafür den Zip du kannst den blauen P-Switch einfach schmal da hochschmeißen den brauchst du für nichts anderes außer in der Mitte hoch hohen den super gag hoch ha also muss den anderen noch irgendwie holen ist korrekt jetzt haben wir Folgendes schon gesehen, wie du den holen kannst. Und spätestens jetzt kannst du es ja eigentlich auch erschließen. Yoshi! Oh mein Gott, das hat gedauert. Nein! Da ist der Tod. Da ist der Tod. Da ist er endlich passiert. Willst du nicht mal wieder Vorspulmusik irgendwie einführen in deinen Let's Days? Weil, liebe Leute, das wird jetzt noch 15 Minuten dauern, bis er da wieder ist. Ne, das dauert jetzt nicht so lange. Wir wissen jetzt alles. Du musst mit dem Block anfangen. Verkackt. Was? Du musst mit dem blauen Block oben anfangen. Ich kann auch den hier nehmen. Na, das ist scheiße. Weil dann kriegst du das hier unten nicht, wenn du die Shell holen willst. Ach, weil ich den Offscreener? Ja, weil das war anfangs halt Intended Solution, dass man den nicht offscreenet, dann mit dem Springboard hochspringt, sich einen erst holt, den runterlegt, den anderen wieder hochspringt, den anderen holt und den dann alles läuft. I see. Das war scheiße, oder? I see. Das ist jetzt ein bisschen einfacher. Aber ich glaube, das ist recht. Es dauert dann, wenn man weiß, was man tut, gar nicht so lange. Man kann halt... Wow. Was ist das denn jetzt hier? Das war wahrscheinlich genau der richtige Abstand, dass dieser... Man macht ja immer so einen Schritt nach vorwärts, mit so einem kleinen Grab nur, oder so. Wahrscheinlich, ja. Das wird genau ausgereicht. Das war nicht so. Was du vorhin gemacht hast, den blauen P-Switch, den anderen mit dem grauen zu holen, ist auf jeden Fall auch besser als... Ich muss mal kurz überlegen, wenn ich hier Yoshi... Aber wie kriege ich Yoshi da hoch überhaupt? Ach, Springboard. Ja. Okay, kriegen wir hin. Das sollte zumindest... Dann fällt der Switch da runter und dann ist alles easy. Na gut, dann geben wir halt eins. Wie du schon erkannt hast, hast du sowieso das Scheißnetz. Fünnst du sehr schlimm von den Laub pegen her? Ich weiß nicht, wie man es kürzer bauen kann. Das stimmt halt. Man könnte es richtig eng aneinander quetschen, aber ich glaube, dann gäbe es... Das ist ja irgendwie dumm. Ja, dann gäbe es das Bright Limitations und... Es wird doch SA1 einpatchen können, glaube ich. Es ist ja nicht... Es sind ja nicht so riesige Laufwege. Du hast ja direkt die Abschnitte da, so... Ja, das ist... Es geht nicht wirklich kürzer, keine Ahnung. Ja, das ist aber schön zu hören. Na! Ist ja egal, offscreen, dann hast du ja wieder. Dann hast du alles. Ich glaube, das ist so das größte Problem, dass man irgendwann auch wirklich ungeduldigt wird. Mach das jetzt einfach so lang, bis du sagst, nee, komm, Rewindel, ich halte es nicht mehr aus. Ich bin schon am überlegen, was du mir quasi als Bestrafung dann geben kannst, wenn du anfängst zu save-safen. Dass ich es nicht mehr aushalte, das glaube ich nicht. Ich habe mir hier ein Bierchen geholt. Oder wie LeChuck, oh, das wollte ich auch schon immer mal in einem Let's Play sagen. Oder in einem Part von dir. Ich sitze einfach hier und trinke schön mal ein Bier. Ah ja, das hat er mal gesagt, ja. Das hat er irgendwann mal gesagt, ja. Es ist schlimm, wie sich sowas eingebrannt hat. Boah. Ich weiß nicht, was meine Mutter mit Vornamen heißt, aber ich weiß noch genau, was LeChuck in deinem Let's Play geht. Gutes Meme. Ja. Ach, dann halt nicht. Was ich dann halt dumm finde, ist, die Gegner hier einzubauen. Entweder Puzzle oder sowas, ich weiß nicht. Ja, aber das Blöde ist halt, wenn ich da jetzt nur an den Stellen, wo die relevant sind, die Viecher hinmache, dann kommt man ja sofort drauf, dass man die braucht. Ah, es ist ein Argument. Das war zumindest mein, ihr Dank. Ich meine, wenn jemand wie du da draufkommt, so schnell, dann kann es doch nicht so schwierig sein. Das Argument würde ich auch verstehen. Aber hier, ach, ich will das nicht. Es soll halt ein bisschen, ich will bei VIP, wie so ein statisches Level wirken, sondern ein bisschen flüssig trotzdem. Keine Ahnung. Oder wie Mao und Nau, das heißt ja, mit Glowdorf. Mao und Nau klingt doch wie die schlesische Dynastie von 1800 noch was. Jetzt haben wir ab, bin ich dumm. Du kannst einfach von oben runterklettern. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Wieso springt der, 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 der... Ja, weil du immer so komisch schräg da irgendwie anläufst. Dann springt der immer genau... Ich weiß noch nicht. Einfach runter. Was hast du denn? Siehste. So. Jetzt kannst du ein Resetor gehen. Oder so. Wenn ich jetzt sage, es hat gedenkt, glaubt es mir keiner. Ich habe es leider nicht gesehen. Aber ich möchte es noch nicht gesehen haben. Gefällt dir denn wenigstens der Port in den Level? Du hast recht eintönig. Auf die Dauer. Dauge. Das ist ja ganz... Er macht halt einfach nur immer das Gleiche. Das ist richtig. Was nicht heißt, dass es an sich eine schlechte Melodie ist, aber nichts, was ich mir eine halbe Stunde geben würde. Das ist, glaube ich, der Port, der am einfachsten zu porten war, weil das einfach... eine fertige, die die schon gerade hier einfach nur konvertieren musste. Okay. Die Dauer ist interessiert. Also, die werden es wahrscheinlich nicht kennen. Das ist von Ethics Trin. Äh, wie heißt das Lied? April 14th, glaube ich. Und das ist halt im Original auch schon MIDI. Deswegen war das super cool. Weil die komischerweise auch relativ gut gesplittet war. Also, dass man die ja... Es ist egal, wenn man die gut zu porten konnte. Naja. Ich verschwinde mal nochmal drei, vier Minuten. Was hast du... Wie war der... Wie war der Partname der Erste? Äh... Gespräche mit Dani auf dem Balkon. Achso, ja, siehste. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht mache. Ich kann nicht erweitert zu sein. Aber ich muss ja einfach nur... im Discord auf dem Handy gehen. Aber ich finde es eigentlich auch ganz amüsant, die Otis-Fenster zu schlauen mit dir beim Leben. Wie so live Let's Play zuzuhören. Okay, also bis gleich. So, jetzt sind wir mal schon wieder hier. Nicht zu weit runter, sondern nur bis der Pilz kommt und den Pilz mitnehmen und diesmal den Pilz vielleicht nicht wieder verlieren. Das wäre die Devise. trinken wir dass die zwei meter hin hier den web ich habe mich schon wieder gesehen den kann man kurz hier ablegen gehen wir hier hoch und holen uns einmal können wir nicht sind damit den blauen zwölf ich habe aufpassen sich den ich drücke das wäre schon dieses andere kritische so die zu quälen ist nicht das problem jetzt würde ich damit ich den pilz es ist eigentlich egal blauen bis ich kann ich auf jeden fall hier stehen lassen brauchen wir nicht brauchen wir nicht mit dem brauchen wir noch mal wo ist das fisch ich darf den noch gar nicht drücken ich muss da wieder runter oh boy ok jetzt sehe ich den da unten den hatte ich vorhin vermisst aber jetzt ist er da jetzt kann ich die mal mit der ruhe ausweichen so dann geht das ding hier hin so far so gut jetzt drücken wir den kollegen hier wieder ich bin noch gedanklich richtig sonst habe ich gleich ein problem und dann muss ich da drüben den anderen das andere springboard holen gott schnell uff ok 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 alles gut alles gut alles gut alles gut jetzt muss ich den kollegen da hoch pfeffern ja jetzt muss ich den kollegen da hoch pfeffern langsam 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 ich muss millionen sachen gleich tragen wenn ich diese scheiß shell mitnehmen muss und die shell ich würde die shell lieber nee ich hole die shell als allerletztes nee für die mit der shell aha die shell brauche ich ja nur um anderen blauen piecewitsch runter zu schmeißen zu lassen unterfallen zu lassen da muss ich eigentlich nur eins nein das sind zeitlich ach ne ja ist das doof du weißt gar nicht wie großartig das ist ich hole die jetzt noch nicht ich hole die jetzt noch nicht beim kombinieren zuzuhören hast du denn eigentlich irgendwas anderes noch zu tun außer die shell zu holen ja den noch auf da oben drücken ist das eine gute idee du hast doch vorhin hast du doch sogar dran gedacht dass das ja guck dir doch mal an wie das ausschaut an der stelle wo du den ja ich muss die shell holen nachdem ich den bevor ich den aufhol drücke das ist schon klar ja genau weil du jetzt nur meintest du willst die shell noch nicht holen ja ich will erstmal die meisten sachen nach hinten verfrachten kann die shell brauche ich ja dann nur hier und wenn die mir einmal aber wenn die mir einmal off screen ist das ganze level schon wieder vorbei es ist aber nicht so schwierig also du musst einfach nur aufpassen dass die münze drin behältst und dann aber an sich ist das richtig ach lol ich kann ja die ganze zeit da draufstehen naja es sei denn der fährt nach oben oder rein ne ich meinte auf der lava höhe auf der mitte kann ich ganz klar ich bin immer wieder abgesprungen damit der ja nicht mich in die lava schiebt aber da passiert ja gar nichts ne ne leul das ist nutz das ist nutz ahhhh one oh entschuldige oh fuck oh schön ach wie schön ok das kriegen wir hin wolltest du nicht ne ne kriegst du nicht hin wieso nicht wie würdest du das denn machen jetzt Also du musst ja da irgendwie wieder runterkommen, wenn du Yoshi hast. Sonst kommst du ja an den P-Switch an, an den anderen. Nee, nee, ich krieg das hin. Du kannst mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ja, keine Sorge, ich kann ein Double-Crap. Was? Willst du mit unsichtbarem Yoshi das machen? Nein, ich brauch doch nur zwei P-Switches oben. Und hier ein Springboard. Aber du kommst an den anderen blauen nicht ran, wenn du nicht Yoshi hast. Aber ich muss Yoshi hier runternehmen. Genau. Das ist das Problem. Krieg ich aber auch hin. Krieg ich hin. Alles gut. Alles gut. Ich glaube, das ist vertane Zeit. Aber du kannst mich... Alles gut. Krieg ich hin. Wieso? Wo ist... Yoshi, wenn ich auf Yoshi sitze, gehe ich doch durch die Blöcke durch. Aber du kommst... Nee. Nee. Und wenn ich Items in der Hand habe, gehe ich auch durch die Blöcke durch. Das sind Turn-Blocks. Ja. Die drehen sich. Ja. 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 Ich muss nur Yoshi runterkriegen einmal. Yoshi, du kriegst das schnell genug hin. Ich sehe das Problem nicht. Ja. Ja. Ich verstehe, was du meinst. Aber ich glaube es... Ja, wobei... Das müsste... Also wenn es nicht funktioniert, habe ich eh verloren. Also dann ist auch egal. Mach mal lieber das hier konzentriert. Äh, das war unkonzentriert. Moment. Der muss... Nein, der... Ach, ich muss den immer... Ah. Der muss springen. Genau. Der muss hochspringen, denn sonst klappt das nicht. Ich dachte, es reicht einfach, den zu treffen. Das ist ja dumm. Ist okay. Mach jetzt. Lass das. Ist okay. Das Frentreff... Das Frentreff... Das Frentreff musst du jetzt zwar arrangieren, aber... Der größte Bespaß ist sowieso, dir das die ganze Zeit anzudrohen. Und dann... So. Jetzt kümmere ich mich erstmal nur um den Switch. Ja. Und dann muss ich wieder in Springboard Home. Mein Gott. Du brauchst... Nimm das mit den Laufwegen zurück, aber ich weiß... Ich brauch ein Springboard da hinten, um hochzukommen. Ja. Ah, F. Also, damit werden wir den ganzen Schmal wieder... Und jetzt kannst du das bitte wirklich so machen, wie ich... Einfach da drauflegen, einfach auf die Letge da legen und dann von unten beide Items dran springen. So, oder was? Genau. Jetzt das Springboard genau an die gleiche Stelle und dann passt das. So, oder was? So, oder was? So, oder was? Das ist echt gut gemacht, aber... Ah! Das darf nicht passieren. Ich habe von unten jetzt schon... Greifen gedrückt halten und dann wird der Sprung da einfach gehen. WTF? Ja. Perfekt. Das habe ich noch nie gesehen. Das hast du schon tausendmal gemacht. Kann sein. So, meine Nerven echt. Wie viel Zeit habe ich, wenn ich die Shell da hochgedonnert habe, um das Springboard hinterher zu kommen? Ich würde das Springboard erst so runterlegen. Ich würde das befürchten. Das ist... Es ist aber nicht... Ja, es wäre einfach nur mega ärgern. Ich kann das jetzt nicht machen. Okay. Kannst du an sich schon... Kannst du schon ganz kurz machen. Dann... Tschüss. Hüp! Ach... Ne. 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 Das wäre... Also das ist... Das ist... Wieso hat der den nicht einfach nach links geworfen? Ja, weil der das nicht macht automatisch. Du musst genau so jetzt aufpassen, in welche Richtung du halt hoch springst. Weil das macht der auch nicht immer in die Richtung, in die du vorher genau führst. Aber wenn er gegen die Wand pfeffert, dürfte ich ja nicht sofort sterben, wenn ich direkt dabei bin. Ja, das ist richtig. Aber... Aufpassen darfst du trotzdem. Ja. So, ich höre sie. Und jetzt muss ich das Ding im Screen halten. Diese blaue Münze. Genau. Die Schwierigkeit am ehesten ist, das mit dem Springboard zu machen. Aber du kannst jetzt in einem Satz da rüber springen. Dann nochmal scrollen. Jetzt kannst du vorher nochmal scrollen. Dann springen. Ach, leck mich doch. Was ist denn das hier? Okay, also dreimal rewinden. Hoia ho! Da bin ich ja mal gespannt. Ich überleg mir noch eine Strafe für jeden Rewind. Ja, das war gut. Das war sehr gut. Ah, ja klar. Ich finde auch, das ist ein bisschen was an die vereinzelten Rewinds. Das geht schon nicht um. Ja, es geht ja um... Also keine Ahnung. Es geht ums Plus und nicht um... Ich glaube die Strafe, die eigentliche Strafe ist, dass ich die irgendwann irgendwann bei dir vor der Haustür streben werde mit einer Super Nintendo in der Hand und dem Spiel auf eine Cartridge. Und dann darfst du das alles ausprobieren. So, jetzt hast du ja gesagt, ich krieg Yoshi da nicht runter. Ja, ja, ich bin gespannt. Mal gucken. Also du meinst, die Zeit reicht nicht aus, oder wie? Doch, doch. Ich hab das nie getestet. Also in dem Fall hab ich nie... Du meinst, der dreht sich an und ich geh wieder runter? Ja, du hast keine Lust. Du drehst ihn nochmal. Du hättest ihn nicht mal... nochmal antreten müssen. Das ist echt... Das ist voll kaputt. Hast du absolut recht. Also das geht schon. Man kann sich dann... Es ist auch nicht so schlimm. Also es war witzig jetzt gerade, weil wir da standen und das gesehen haben, aber... Ach shit. Ja, ich positionier erstmal Yoshi hier oben. Dann hol ich das Springboard. Das ist jetzt ne gute Idee. Du bist doch jetzt ganz gut vorangekommen. Du kannst dir leider nicht auf die Fahne schreiben, dass du es komplett ohne sein kannst. Das ist mir auch egal, aber mit Save-Sales und Revives wäre das hier alles deutlich schneller als Video gegangen. Ja, das ist gut. Auf euch. Auf euch. Du hast halt einmal nochmal gespielt. So. Und hopp. Ach du Schande. Vielleicht komm ich doch niemals bis rüber. Waaah. Das ist auch so dumm. Das ist einfach nur dumm. Aber es ist schön, dass du draufkommst. Muss ich den Pieselstricken und dann da oben durch den Springboard? Nein, nein. Das kannst du gerne machen. Du kannst ja gerne was probieren zu publizieren. Oder keine Ahnung. Das ist aber viel blöder. Das ist wirklich viel blöder. Das ist einfach schön, dass du drauf reinfällst. Einfach weil die Blöcke da sind. Du siehst ja, woran du scheiterst. Also du stößt einfach zu schnell an die Decke. Das liegt dran. Ja, ich krieg Yoshi so nicht. Hä? Woran liegt es, dass du da zu schnell an die Decke stößt und dementsprechend da nicht ankommst oder da nicht hochkommst? Ach so. Jetzt weiß ich, was du meintest mit der Sphinx in die Blöcke da. Die braucht man gar nicht. Das macht man einfach von hier. Ne, 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 ne. Nein. Es ist voll so klar, dass das passiert. Was macht das denn? Geht mal, Rewind. Alter. Das wäre es jetzt wieder komplett gewesen. Für jeden Rewind, den du gemacht hast oder den du machen wirst, musst du einen Hack von Morsell komplett erzeugen. Ne. Nix gibt's. Das fände ich eigentlich ganz wie Ort. So, jetzt hast du es aber geschafft, tatsächlich. Ah, und wir haben wieder eine Stunde. Das hätte auch anderthalb sein können. Hätte. Hätte alles sein können. Ich glaube auch, ich habe auch anderthalb gebraucht. Du hättest es ja auch wieder aufgenommen. Ach so. Hätte auch keine Rewinds machen müssen und hätte, hätte Fahrradkette. Hätte der Conan keine Rewinds gemacht, dann hätte er eine Vergnung. Und jetzt einmal hier. Ja. Wenn du es schaffst jetzt noch, dass ich versauen, dann spürst du es aber noch auf. Ja, und ich kann es jetzt höchstens versauen, indem ich versehentlich die P-Switches drücke, weil ich keine Ahnung und voll idiot bin. Das, ich wollte gerade sagen, das kann gerade so, als könnte es dir jetzt nicht passieren. Okay, jetzt ist es schon schwierig. Jetzt darf es eigentlich nicht mehr passieren, dass ich es versaue. Jetzt erst recht nicht mehr. Ja, ich könnte noch hier in die Mancha reinspringen. Was hättest du davon? Oh ja. Das musst du entscheiden. Also wenn das der Ansporn ist, das nochmal komplett ohne Safe-Sales und Braver zu spielen, dann sollte es nichts machen. Kein Anspruch. Weißt du, wie wir das in Berlin nennen? Welche? So, ich mache jetzt aber einen Jump. Wir machen alle Rewinds, ja gut. Na. Kein Jump. Du siehst den Text vor. Das sagt Yoshi. Yoshi ist total begeistert von dir. War das jetzt... Wir haben nur das Level gespielt. Naja. Und wir haben den grünen Switch nur geholt, ne? Ja. Ja, dann machen wir jetzt weiter, würde ich sagen, ne? Du willst doch das Level in einem Part schaffen, oder? Ach wait, das ist ja... Auf der anderen Seite geht es ja weiter. Ja, ja. Was ist denn da jetzt? Ja, was wird da wohl kommen? Sag nicht, da ist noch mehr Puzzle. Da geht der ganze Spaß von vorne los, natürlich. Ich vermute mal, bei dem Abschnitt wirst du auch Rewinds benutzen. Was ist das denn? Das ist doch hübsch, oder? Total toll. Ach, geht nicht. Nee. Äh, schade. Okay. Ah, jetzt ist die Shell ausgelöst. Ja, verkackt ist es sowieso. Wie komm ich an die Shell? Ja, so nicht. Mit nem Yoshi käme ich an die Shell. Ah, das ist... Ui, was ist mit dem? Willst du nicht vielleicht jetzt mal ernsthaft den Part einfach beenden? Du schaffst das in dem Part nicht. Ich guck mir ja nur. Also, du schaffst das in dem Part, aber dann ist der Part halt länger als mein... Nee, nee, wir schließen natürlich den Part ab. Oh, deine Level. Äh, deine Puzzle wollte ich sagen. Maschallah, endlich. Das ist ja eigentlich genau das, was ich nicht mehr spielen wollte. Oh je. Aber das Gute ist, du kannst... Ey, das ist jetzt ja nicht Glitch Abusing oder so. Ja, aber es ist vom... Nervengrad her eigentlich der gleiche Quatsch. Deswegen sollten wir auch nach dem Level die Aufnahme machen. Aber das machen wir, das entscheiden wir demnächst. Wir haben ja auch unser Zeitlimit von 3 Uhr nachts noch nicht ganz erreicht. Nee, wir haben noch zwei Stunden. Ja. Mir ist übrigens aufgefallen, du hast die Uhr gar nicht mehr. Die wird gar nicht mehr angezeigt. Also in ZMZ, meine ich. Ja, die kann man wahrscheinlich einstellen, aber die brauche ich ja nicht. Ich fand das immer super, wenn man so gesehen hat, wann du aufgenommen hast. Das ist ja auch nur just for the null. Ja. Ich weiß gar nicht, gibt's die, gibt's die noch. Keine Ahnung, ist auch egal. Ich beende den Part, bevor er noch länger wird. Wir haben nämlich die Stundenmarke noch nicht erreicht. Wir sind bei 59 Sekunden und 22 Sekunden. Äh. Das schaffst du. Komm, jetzt schaffst du. Das schaffst du noch in einer Stunde. In einer Stunde schaffst du jetzt noch die Uhr einzustellen. Geh auf. 28 Sekunden. Nein, jetzt schließen wir ab. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Auf Wiedersehen. … Vielen Dank.